Ja, das ist interessant. Da haben wir alles. Also das kommt jetzt darauf an, wie einer vorher gearbeitet hat. Hat er mit viel, zum Beispiel Chemie und Dünger gearbeitet, braucht er länger, um den Boden umzudrehen. Aber wenn einer schon extensiv gearbeitet hat in Landwirtschaft und er fängt mit dem Einzemsitzer, was wir machen mit der Gülle, der wird ganz schnell einen Erfolg feststellen und wird sagen, in drei, vier Jahren, du, das funktioniert, ich bin da, wo ich nachholen will und das läuft. Und wenn das einer verstaut, verstaut der auch, dass da ein riesen Rattenschwanz hinter dran hängt, um das System ins Positive zu lenken.